Die können es alle nicht. Ich meine, machen wir weiter mit dem Herrn Spahn, aber die können es ja alle nicht. Die ganze Truppe heute, entschuldige mal die Wortwahl, aber die ganze Truppe heute hat das Versprechen der Bevölkerung gegenüber nicht erfüllt. Vor einem Jahr, ich kann es nur sagen, vor einem Jahr haben wir Lockdown gemacht, weil wir nicht vorbereitet waren. Dann haben wir gesagt, wir machen Lockdown, wir nehmen die Schaden in Kauf, wir nehmen viel Geld, das ist ja unser Geld. Wir nehmen Schaden in Kauf, wir versuchen aber auch Menschenleben zu retten. Und wir nehmen uns, das ist ja unser Geld, ihr dürft unser Geld verwenden und denen, die getroffen sind, helfen. Und dann habt ihr den ganzen Sommer Zeit, euren Teil des Deals zu erfüllen. Dass wir eben nicht bei einer zweiten Welle wieder Lockdown müssen. Ihr könnt Masken beschaffen, ihr könnt Testkonzepte machen, ihr könnt Risikogruppen schützen, ihr könnt Impfstoffe einkaufen und ihr könnt vor allem schon die Kapazitäten aufbauen für Impfstoffe. Haben sie alles nicht gemacht. Alle, die heute zusammensitzen, das ist nicht der Herr Spahn alleine, der Herr Spahn ist... Die haben alle gemeinsam die Verpflichtung, die sie uns gegenüber eigentlich eingegangen sind, als Gegenleistung für unser sauberes Verhalten im Lockdown nicht erfüllt. Und das ist für mich, Entschuldigung, das ist jetzt populär, das ist Staatsversagen. Das müssen wir auch mal so ansprechen. Und ganz ehrlich, wenn Herr Scheuer in der Kritik ist, wegen der 500 Millionen Schaden, der Schaden hier, Sie haben es angesprochen, liegt bei 4 Milliarden Euro pro Woche. Und da frage ich mich schon, wieso nehmen wir es einfach so hin? Hätten wir ausreichend die Pflege- und Altenheime geschützt, wo der überproportional große Anteil der Todesfälle zu beklagen ist, dann hätten wir die nicht gehabt. Wir hätten einfach nur testen müssen, jeden Tag, jeden, der in das Altersheim geht. Und das hätten wir organisieren können. Und die Kosten dafür sind ein Witz verglichen mit dem ökonomischen Schaden, den wir haben. Und das nehmen wir einfach so hin. Schauen Sie nach Korea, schauen Sie nach Taiwan, da funktioniert das. Und wir nehmen es einfach so hin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht, ich frage mich ein bisschen, warum die Bürger das so hinnehmen. Leben wir alle nur noch von Rente und vom Staat oder was passiert da? Weil wir haben wirklich Existenzen, die zerstört werden zurzeit. Und das ärgert mich, entschuldige, ich war noch gar nicht dran, aber es ärgert mich massiv, wenn dann hier Frau Merkel sich hinsetzt, von Hoffnung spricht und so weiter. Und wir alle vielleicht noch Mitleid mit ihr haben, weil sie so harten Kampf hat mit Herrn Spahn. Sie haben alle gemeinsam ihre Aufgaben nicht erfüllt. Und für die viel größte Wirtschaftsnation der Welt ist es eine Blamage.